Herzlich Willkommen zurück hier bei einer Räderfahrer überzockt Faktorio C-Block Achso ja, die werden, die werden da gebaut Wir bräuchten hier von mehr, obwohl, nee, bräuchten wir nicht Mal gucken, wie gut das läuft Das Ding hier ist komplett voll Da kommen 4 raus aus 8 Und da kommen 5 aus 10 raus Vor allem, weil jetzt auch Strom da ist, läuft das ja auch richtig schnell Ja, warte mal, sehr gut, sehr gut, sehr gut Moment mal, Moment mal, Moment mal Moment mal, du Du kommst da mal ganz kurz weg Du kommst mal da hin Ihr lauft da einfach durch Dann haben wir mal ein paar Lampen hier So Du da kommst weg Hier kommt hier nochmal kurz weg Nur kurz Ihr könnt da gleich wieder hin Du kommst weg Du weg, du weg, du weg, du weg Du weg So Krusher, 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 Krusher Krusher Liquefire Krusher Rohr 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 Du quascht mal Stone Du quascht mal Stone Und du machst Und du machst Und du bekommst Wasser Und du bekommst jetzt nicht schnell genug So Jetzt brauchen wir noch einen Krusher Der braucht 21 Platten Wir haben Vermutlich nicht genug Warte mal Warte mal, können wir Warte mal, warte mal Ich brauche erst mal eine Spitzsacke So Okay Bis die Spitzsacke durch ist Dauert es eh die Fähigkeiten noch Also Machen wir es doch so So Dann brauchen wir Burner Burner War das Burner Orc Crusher Safarite Stiarite Stiarite Und Du Und Du Und Und Du Hast hier die Pelz Und Du hast nicht genug Carbon Dioxid Dann muss der schneller wieder weg Dann bekommst du dort ein Und dort ein Davon noch ein Ein nach da Ein nach da Ein so Ein so Ein so Ein so Ein so Ein so Ähm Du bekommst Steine Du bekommst die Du bekommst die Du bekommst die Du bekommst die Und jetzt brauchen wir Okay Jetzt hat hier irgendwas mit grün eigentlich gepasst Weswegen uns jetzt der ganze stromal wieder ausfallen wird So Du hast diese bitte Ja Ja Genau, und jetzt nehme ich der Strom weg. Verdammt! So, aber du läufst jetzt hier durch. Dann kannst du 70 Karbon-Dioxid machen. Ihr beide könnt wieder laufen. Solltet dann hier gleich wieder ein paar Dinger herstellen. Und du würdelst da durch. Algenfarm MK1. Solltet man vielleicht auch noch eine bauen. Elektrolyzer, nein. Erstmal den Orr-Quasher. Warte mal, hast du noch? Du hast auch nichts mehr drin. Nutzt dann mal bitte die ganz kurz. Bis ihr da soweit durch seid. Mach du mal bitte ein paar. Und hier habt immer noch die blauen. Algen, Algen, Algen. Was ist denn nicht das hier? Rabber. Wo waren die denn jetzt? Da. So. Rohr-Quasher. Du quascht bitte auch Steine. Haben wir noch einen? Ja, haben wir noch. Und dann brauchen wir noch drei davon. Einmal bitte abbrechen. Die haben wir noch mal wieder kurzfristig Dampf bekommen. Ja, kurzfristig. Da kommen fünf raus. Da kommen wir noch mal kurzfristig Dampf. Kannst du mal ganz kurz das durchrödeln. Und den Slack. Können wir da reinschmeißen. Und die schmeißen wir mal da mit rein. So, du brauchst jetzt noch zwei Stück. Die kommen jetzt da gleich. Und kann es dann hier gleich ein bisschen schneller herstellen. So, da kommen vier raus. Und aus einer kommen fünf. Das heißt einmal wird der Strom jetzt hochgehen. Die arbeiten wieder schneller. Jawohl. So, dann bekommst du. Zwanzig. Du zwanzig. Können wir das da rausholen. Der kann da rein. Und bitte ein bisschen Landfill. Das heißt, Platz für dich. Da fehlen drei Eisen. Eisen haben wir jetzt aber. Ein. Bitte mal. Bitte, bitte, bitte. Ein paar Strommasten. Ah, das war Schwachsinn. Landfill. Okay, das scheint hier oben noch nicht zu funktionieren. Das heißt, Liquifier. Zwei Montagemaschinen. Dann können wir nur eine bauen. Abbrechen, 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 abbrechen. Eine haben wir sogar noch. Noch Landfilter übrig? Nee. Hallo. Hallo. Ihr habt es gehört. Damit ist die Folge leider schon jetzt Ende. Ich bedanke mich für's Zuschauen und würde mich freuen jetzt. Bis zum nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich war drauf und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.